Oh, Alter, heute ist das hier voll die Tiefkühltruhe. Das ist so kalt. Hallo am Mittwoch zu den Fun Facts. Am Sonntag. Das ist einfach zu stark drin. Falls ihr absolut gar keine Ahnung habt, worum es gerade geht, dann guckt doch einfach mal den Hauptfilmen hier vorne oder der Link unten in der Videobeschreibung. Falls ihr euch gerade fragt, wo ist eigentlich der Tänz, der sitzt zu Hause und ist am Umziehen. Und damit meine ich nicht, er zieht sich um, sondern er zieht um. Und schön, dass du es erwähnst. Ja, auf Manga Mania ist gerade ein neues Video raus über die drei perversen Animes, die absolut geil sind. Hey, ich will ja nicht sagen, dass du das auch gucken kannst, aber Link ist vorsichtshalber Mauten in der Videobeschreibung. Und ich sag jetzt einfach mal 3, 2, 1, Fondance. Aus dem Let's Eat. Es riecht so gut nach Melone. Es schmeckt nach Seife. Okay. Wir haben einige Sachen abgeändert. Einfach, weil es zeitlicher passender ist und hoffentlich auch ein bisschen lustiger. Nicht der schon wieder. Ich lebe. Ich lebe. Und ich kann tanzen. Voll akkurat. Ein Upgrade. Das dauert zwar ein bisschen länger, das zu animieren, aber es sieht auch viel besser aus. Anstatt Schrift, jetzt einfach Filmposter. Yo, yo, you shot my mommy. You shot my mommy. Ich bin Bambi. Yo, yo, Zweck. Das ist ein Raygun. Die funktionieren nicht einfach ohne Batterien. Aber die macht Klickgeräusche. Beetlejuice, 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 Beetlejuice. Oh, ich habe es schon viermal gesagt. Oh mein Gott, ich werde jetzt sterben. Kinder nicht rauchen. Ja, das ist ein Remake. Und keine Sorge, es wird wahrscheinlich das letzte Remake dieser Art sein. Denn jetzt haben wir die ganzen englischen Parts, die wir jemals gemacht haben, durch. Und fangen damit an, neue zu machen auf Deutsch. Und ja, mit aktuelleren Filmen. Zudem wollen wir uns nicht nur auf Filme beschränken, sondern auch noch YouTuber auf der Schippe nehmen und spielen. Das kommt euch alles irgendwie bekannt vor? Ja, so etwas haben wir schon damals mal gemacht. Und wir haben absolut keine Ahnung, warum wir jemals damit aufgehört haben. Füße Kloben? Ha, ha, hat's verstanden, ja? Ja, ja. Ich weiß nicht, warum, was ich mehr kotzen soll vom Film oder hiervon. Ist was, Doc? Äh, Sellerie? Ja, wir hatten keine Möhre. Äh, schlagt uns. Ist was, Doc? Oh, gesund. Nein, eigentlich nur Sellerie. Bevor irgendjemand fragt, das ist eine Remoulade. Das sieht am nächsten so aus wie gekotzt. Das riecht auch so. Deshalb ist die Aufnahme hier sehr angenehm. Die ist tot. Die gehört mir! Hallo Nachbarn, hallo. Ach ja, die Railgun. Vor Jahren von Fans bekommen und wir holen heute noch Hufus damit vom Mimmel. Ja, würde mir echt stinken, du zu sein. Hey, die Kamelia. Gar nicht rassistisch, weil das sehr Italienisch ist und die reden halt wirklich so. Mimmel, 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 scusi, ah, mimmel, mimmel, mimmel. Jetzt kommt das in einem Strahl so. Oh, ja. Oh, Ron, stop it. Pfff, Pionio! Hm, Titten, guck mal. Luft. Lufttitten. Am 16.04. ist das Anime-Treffen in Stuttgart. Hoffentlich haben wir da zusammen ganz viel Spaß. Und sobald wir immer die Bestätigung haben, auf welchen Convention wir als nächstes sind, dann werden wir es euch auf jeden Fall wissen lassen. In der Videobeschreibung, auf Twitter, Facebook und Instagram. Schnauze! Und morgen früh mach ich uns Waffeln. Perfekt. One Take. Ist so. Besser kann ich nicht. Oh mein Gott, ich kann Farben sehen. Duuude. Kals! Mom, ist ne Schlampe, die ist die größte Schlampe, die ist die Schlampe überhaupt. Ich hab den Text vergessen, das macht mir echt gar nichts mehr. Ja, na, 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 na. Hey, Kals, Mom, ist ne Schlampe, die Schlampe ist wunderbar. Oder so jedenfalls. Kalt? Einmal Kittike. Dann, 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 dann. Das ist eins der ältesten Videos auf YouTube und danke, dass ich es mir jetzt selber in den Kopf gerufen habe und es nicht mehr los werde. Kalt? Annen geht die Kalt. Annen geht die Kalt. Alienbekämpfung leicht gemacht. Unterstützt durch Produktplatzierung. Haha, mein Name ist Bibi. Twitter-Stars, irgendjemand? Bibi mit Ansatz. High Five? Irgendjemand? Ich bin einsam. Ja, das ist ein Schwert. Wir hatten keinen Hirtenstab. Schnauze! War ich immer. Na, Baby, als bald ein YouTuber, bis er mitkommt. Haben euch die Funfacts gefallen? Dann hinterlasst doch gerne meinen... Daura! Vergesst nicht, das Manga-Video zu gucken und den Hauptfilm. Das war's von uns, beziehungsweise mir. Und ich würde sagen, man hört und stört sich. Wah! Ja!